Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Ziele Livestream. Ich bin hier gerade in Evrenseki und wir schauen uns heute mal hier die aktuelle Lage an, was sich hier alles getan hat, denn wir waren jetzt einige Tage nicht online, denn es war auch bei uns sehr, sehr kalt, es war ein sehr, sehr starker Wind und es war auch eigentlich ganz unpassend im Allgemeinen das Wetter, immer so ein bisschen spazieren zu gehen, denn sobald die Sonne weg ist, war es auch immer eiskalt. Heute haben wir keinen Wind und wir haben einen herrlichen Tag von 16 Grad gehabt, wir haben eine Luftfeuchtigkeit von 49 Prozent und eine Sichtweite von 24 Kilometer, das heißt, wir haben einen ganz klaren blauen Himmel heute und das Ganze können wir uns mal jetzt hier in Evrenseki anschauen. Ich bin hier gerade zwischen dem Semilia und dem Aydin Bay Kings Palace Hotel, ich kann auch mal die Kamera drehen, dann wissen auch schon sicherlich viele, wo wir hier sind, das ist nämlich hier eine der beliebtesten Ecken von Evrenseki. Hier links ist das Semilia Hotel, das kann man da auch sehen, das ist der Weg in Richtung Ortsmittel und links ist das Aydin Bay Kings Palace Hotel, von mir aus gesehen links. Auf der anderen Seite sieht man das Evren Beach Hotel, das Schwesterhotel vom Sunis Kunkel Beach in Kunkel, was ja zur Zeit zu hat wegen der Renovierung. Und von hier aus kann man auch den Pool vom Aydin Bay Hotel auch sehr gut sehen, wo auch sicherlich viele Leute reingehen in den Pool, jetzt auch allein wegen dem herrlichen Wetter. Das kann man da sehen, dass da auch einige Leute sind, unten. Und wir gehen mal von hier aus in Richtung Strand, in Richtung Sonnenuntergang, in Richtung Mittelmeer. Und schauen uns mal heute, wie gesagt, die Akto de Laga an, hier in Evrenseki, wir gehen ein bisschen spazieren, bis zur Hafenmauer, bis zum Hafen, ein Teil der Promenade. Hier in Evrenseki, denn wir haben heute schon, wie gesagt, den 2. Februar und die Zeit vergeht schneller, als man denken kann. Bald hat man schon März und im März machen viele Hotels wieder auf. Anfang März macht ja das Sunis Kunkel Beach Resort Hotel auf, in Kunkel. Dann kommt auch logischerweise wieder ein bisschen mehr Leben rein in Kunkel. Und hier ist die Promenade von Evrenseki. Das ist hier der Blick in Richtung Kunkel. Die Promenade führt von hier aus bis nach Kunkel. Und der öffentliche Strand, Evrenseki Hulk Plage, das heißt Evrenseki öffentlicher Strand, wo jeder hin darf und sich eine Miete und sich eine Liege den ganzen Tag mieten kann. Das ist genau 250 Meter in die Richtung, also in Richtung Kunkel von hier aus. Aber wir gehen heute in die andere Richtung, in Richtung Cholakle. Und schauen mal, was sich da alles getan hat. Das ist ja auch jetzt ein paar Tage her, dass wir hier waren. Wie gesagt, ich hatte selber auch sehr viel zu tun. Die Tage oder das Wetter war einfach sehr unpassend, um hier spazieren zu gehen und ein Video zu machen und euch dann mitzunehmen und euch dann die aktuelle Lage zu zeigen. Aber die Tage haben wir schönes Wetter. Es soll bis zu 22 Grad werden, die Tage. Und dann nehme ich euch natürlich immer jeden Tag gerne mit, wenn man dann spazieren geht. Ob zum Sonnuntergang oder zwischendurch mal im Laufe des Tages. Dass man auch hier die aktuelle Lage mal sehen kann. Die Entzide der Rundumgebung. Und da sieht man das Sunis Evren Beach. Und an dieser Stelle sieht man viele Katzen, Hunde und Igel. Auch weiße Igel, also Albino-Igel. Aber erst am Abend. Aber wunderschöne gepflegte Katzen. So wie hier die dreifarbige mit dem langen Fell. Sieht man hier eigentlich die ganze Promenade entlang. Schaut mal hier, was für eine wunderschöne Katze. Frisch kastriert. Oder hier sieht man überall noch mehr Katzen. Schaut mal hier. Oder hier liegt eine. Oder hier. Oder hier. Beim Evren Beach Hotel. In Evren Sechi. Und man soll hier nicht auf den Rasen gehen. Es ist auch an mehreren Stellen ausgeschildert, dass man nicht auf den Rasen gehen soll. Das heißt, da darf man auch nicht drauf Picknick machen. Was sehr gerne die türkischen Bürger machen. Einfach hier auf die Wiese gehen. Sich da rauflegen. Und Kaffeebehälter mitbringen. Und dann Kekse. Und Tee. Und dann das Wetter und die Stimmung genießen. Aber das ist hier verboten. Das darf man hier nicht. Und sowohl diese Müllkörbe als auch diese Bänke, die sind alle öffentlich. Die darf jeder benutzen. Auch die Tiere. Und das ist hier ein Teil der Promenade vor dem Aiden Bay Kings Palace Hotel und dem Sunnis Evren Beach Hotel. Und hier gibt es so was wie so einen kleinen Park. Hier gibt es mehrere Bänke in Elbremseckier. Und jetzt sind wir auch gleich bei der Schildkrötenbrücke. Und genau auf dieser Schildkrötenbrücke hier sieht man jeden Tag im Sommer Schildkröten. Wenn man hier runterschaut sieht man viele Schildkröten im Sommer. Aber jetzt im Winter eigentlich kaum. Und die Fischerboote haben hier auch sehr zugenommen. Es sind viel mehr Boote als die letzten Jahre hier. Wenn man hier schaut auch in Richtung Ortsmitte haben die Stege sehr zugenommen. Und die Boote sind ja ganz im Fluss da mit drin. Lieberweil. Und dann sieht man das Seher Resort Hotel. Das Seher Resort und Spar Hotel. Das Commodore Elite Hotel. Und hier sieht man auch einen Brunnen. Da sieht man auch immer viele Katzen und Hunde sieht man hier auf der ganzen Promenade. Und einige der Katzen sind hier schon seit einigen Jahren. Die freuen sich auch dass es nicht mehr so kalt ist. Die liegen auch hier gerne in der Sonne. Die nehmen sich auch die letzten Sonnenstrahlen mit. vor dem Sonnenuntergang. Du genießt hier auch die Sonne. So mal hier wie sie die Sonne genießen. das war ja auch wie gesagt die Tage eiskalt. Nicht nur den Menschen ist kalt sondern auch den Tieren ist kalt. Das darf man nicht vergessen. Und hier in der Wrensechi sieht man viele verschiedene Tierdorten. die Schildkröten und weiße Albinu-Wiegel sind hier auch zu sehen. Wir können mal auf die Hafenmauer rauf gehen. und vergisst auch nicht das Video zu teilen und viel mehr zu zeigen was man erwartet wenn man jetzt hier nach der Wrensechi kommen sollte. man sieht überall dass der Strand noch ganz unbelebt ist die Hotels die auf haben haben ein paar liegen aufgestellt aber so ein Strand vorbereiten geht für sehr schnell wenn das Hotel aufmacht und da haben wir auch einen sehr schönen Blick in Richtung Sonne und da sieht man dass einige Menschen auch auf dem Steg sind um auch in Richtung Sonnuntergang zu gehen um unvergessliche tolle Bilder zu machen wahrscheinlich oder kurz Videos und bis nächsten Mittwoch soll noch das Wetter so schön sein also klare Sonne kein Wind noch andere die jetzt hier gerne hier sein würden die haben 16 Grad heute aber es gibt keinen Wind dann ist es auch nicht so kalt und in der Sonne kann es schon sehr warm werden und das ist der Blick in Richtung Sibel das ist der Strand von Evrenseki heute am 2. Februar da sieht man das ist der Strand logischerweise nicht so voll ist und da sieht man auch jetzt Sibel ich habe das Bild logischerweise auch gesumt da sieht man die Hafenspitze von Sibel ganz hinten von hier aus sind es bis nach Sibel circa 6,5 Kilometer da kann man auch von hier aus am Strand am Strand entlang gehen bis nach Sibel spazieren an ganz vielen Hotels vorbeigehen das rote Hotel ist das Royal Taj Mahal Hotel man kann das Royal Dragon ein bisschen da sehen das Ring Hotel ist das Zemidi Hotel das Royal Dragon Hotel ist gerade in der Renovierung dann das Aiden Bay King's Palace da sind auch gerade vorbeigegangen das Sunis Airman Beach Hotel und dann nach der Brücke nach dem Fluss kommt gleich das Seher Resort Hotel das Seashell Resort Hotel das Commodore Elite Hotel das Adalia Ocean Deluxe das Adalia Resort und dann kommt die Camellia World Collection die Camellia Hotels der ganz letzte Block das sind drei Hotels das Selin das Fulia und das Eichern Hotel genannt nach den Töchtern des Hotelbesitzers Selin Fulia und Eichern heißen die drei Töchter und da sieht man die Flussmündung und die schöne Sonne zum Sonnenhotalgang aber die Hotels die man hier in Evrenseki sieht das sind nicht alle Hotels es gibt viele Hotels hinter diesen Hotels also bis zu drei bis zu vier Reihen hinter den Hotels hier direkt am Strand gibt es noch einige Hotels also in Evrenseki ist sehr zugebaut worden die letzten Jahre und hier sieht man viele Angler egal zu welcher Jahreszeit aber besonders im Winter besonders im Winter sieht man hier sehr viele Angler und hier Und das ist hier die Hafenmauer zum Sonnuntergang von der Frenzäcki, die aber immer schön ist, egal zu welcher Zeit, wo man immer eine schöne Aussicht hat, wo man immer schöne Fotos machen kann, Bilder machen kann, Videos. Und da einmal die Flussmündung. Also ein sehr, sehr schöner Anblick von hier aus in Richtung Flussmündung und in Richtung Sonnuntergang natürlich. Und auf der anderen Seite ist da noch Chorakle und Gündodo bis zum Adalia Resort. Da vorne ist es Evrenzäcki und danach kommt Chorakle. Und nach Chorakle kommt Gündodo. Und das ist hier wieder der Blick in Richtung Wortsmitte. In Richtung Hotels. Und das ist hier Evrenzäcki in der Türkei. In Siede. In der türkischen Rivera. Wo man eigentlich keinen wirklichen Winter hat. Was hier Winter ist, ist in anderen Ländern Herbst oder Frühling. Und wir sind ja gerade auch mitten im Winter. Ja, wir haben heute, wie gesagt, den 2. Februar. Und schaut mal, wie die Leute hier rumlaufen. Hm. Dann halte ich ja weg. Dann halte ich ja weg. Rann, einen Millen. Was für ein herrlicher Blick in Richtung Sonnenvergang, das ist einfach so schön. Vielen Dank. Und hier nochmal der Blick in Richtung Ziedel. Es ist natürlich auch sehr schön, da jetzt spazieren zu gehen, zu wandern. Hier in der Brinseki. Wir können auch ein bisschen am Strand spazieren gehen. Es ist auch ein tolles Virusrauschen da. Eine tolle Abendstimmung. Damit man auch natürlich super entspannen kann. Jetzt ist es nicht so voll wie im Sommerlösischer Röckel. Aber ganz so leer ist es für die ASt auch nicht. Und jetzt ist es für die ASt. Und das ist hier einer der meistbesuchtesten Strände der Deutschen Wollower. Der Strand von Evrenseki-Kumpel. Eine Touristenhochburg für die Deutschen Wollower. Es kommen über 4 Millionen Deutsche Wollower in dieser Region jährlich. Und dieses Jahr werden ja auch zwischen Mai und Oktober wieder sehr viel Gäste erwartet. Und ich denke mal alle, die sich dieses Video gerade anschauen oder auch anschauen werden, werden sicherlich vieles ja auch in die Türkei kommen. Und das ist mal hier ein kleiner Eindruck von der Umgebung der Evrenseki, Hafen, Kombinade, Strand, Sonnenuntergang für die Leute, die auch den Ort vermissen. Oder jetzt gerne hier sein würden oder mehrfach im Jahr kommen. Das ist heute aktuell der Strand von Evrenseki. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um Ihnen zu zeigen, was man erwartet, wenn man mal im Februar herkommen sollte. Also ob dieses Jahr Februar oder nächstes Jahr Februar oder letztes Jahr Februar, viel wird sich da nicht ändern. Sowohl vom Klima als auch von der Wärme her oder vom Wetter her im Allgemeinen. Neulich war ich im Citrieren Güll und da habe ich gesehen, wie einige Menschen ins Wasser gehen. Bei 10 Grad. Und da sieht man das Royal Taj Mahal Hotel. Ein tolles Hotel. Ein tolles Hotel. Wo ich da über Silvester ein paar Tage drin war. Das war's. In Letzsche mystery. Nein, das war's. Das war's. Das war's. Ich bin jetzt mal ohnehin. Und da war. Da war's. Wann, du kennengelig. Und da war's. Und das Wasser steht auch ganz schön hoch in der Penseck hier. Das Wasser steht auch ganz schön hoch in der Penseck. Und da sieht man auch, dass wir ein Stück gegangen sind. Dann können wir auch hoch gehen. Und damit haben wir auch Evrensecki zum Sonnenuntergang hier jetzt gesehen. Dann gehen wir mal hier beim Royal Taj Mahal Strandabschnitt wieder hoch. Das ist der Strandabschnitt vom Royal Taj Mahal Hotel. Das Hotel, was man dann doch sehen kann. Das ist der Strandabschnitt. 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 Hier haben wir die Duschen. Und nebenan der Strandabschnitt vom Royal Palace Hotel. Das Royal Palace ist das ehemalige Crown Charme Hotel. Und jetzt sind wir hier wieder auf der Promenade angekommen. Das ist der Strandabschnitt. Das ist der Weg nach Kumkö. Aber wir gehen wieder auf die andere Seite. In Richtung Zollakle. Und hier sieht man das Royal Grand Hotel. Das Hotel, was dringend rühungsbedürftig war. Nach meinen Augen. Das war schon sehr alt, das Hotel. Das ist auch hier einer der ersten Hotels in Evrensecki. Ich persönlich war auch einmal über Silvester in diesem Hotel. Gefallen hat es mir, ehrlich gesagt, gar nicht. Damals. Und da sieht man, dass hier alles erneuert wird. Wie zum Beispiel der Pool. Da wird hier sehr viel gemacht. Da wird hier alles erneuert. Das ist auch dringend nötig gehabt. Auch die neuen Fliesen. Und alles wird erneuert. Das sieht man hier auch. Im Royal Grand Hotel in Evrensecki. Und die Sonne ist ja schneller weg, als man denken konnte. Schon ist die Sonne weg. Wir sind ganz schön am renovieren. In dem Hotel. Da wird viel gemacht. Damit es auch bald fertig ist. Und so ist die Sonne bereit ist. Im Royal Grand Hotel. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Und jetzt sind wir hier beim Simelia Beach Hotel. Ich habe auch eine tolle Silvesterfeier. Da war hier der ganze Pool voll. Mit Musik. Mit Feuer zum Erhitzen. So eine tolle Party. Das hat man nie gesehen gehabt. Das Simelia Hotel. In Evrensecki. Und schon ist der Tag hier wieder vorbei. Ein ganz, ganz herrlicher Wintertag. Mit 18 Grad. Höchsttemperatur. Und genau von hier aus sind wir gekommen. Zwischen den. Bei den Wilkings Palace links. Rechts das Simelia Hotel. Und dieser Weg führt direkt in die Ortsmitte. Das können wir uns die Tage auch mal anschauen. Wie gesagt das Wetter macht jetzt ein paar Tage mit. Das ist kein Regen. Das ist kein kalter Wind. Man kann schön spazieren gehen. Und dann können wir uns jetzt wieder ein paar Ortschaften anschauen. hier vor Ort. Ob Cholakle. Gündowdo. Sile. Tetriangül. Kumikö. Evrensecki. Irgendwas. Irgendwas. Für ihn schon immer. war. Und bald machen auch wieder viele Hotels auf. Dann werden auch viele Hotels wieder vorgestellt. von daher nicht vergessen. Die Seite. Am Talia City der Livestream zu abonnieren. So bei Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Um auch immer auf dem Laufenden zu sein. Sowohl mit Live-Videos, Kurzvideos oder auch mit Fotos. So und hier steht dann auch wieder mein Auto. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.